Ich stehe hier vor der Lorxing-Grundschule im Stadtteil Brühl-Beurbarung und wir wollen, dass zukünftig an jeder Grundschule in Freiburg Sprachbildung implementiert ist. Wir wollen, dass an jeder Grundschule in Freiburg Sprachfachkräfte arbeiten. Denn Sprache ist der Schlüssel zur Bildungsteilhabe und Kern grüner Sozialpolitik ist, allen Kindern die Teilhabe an unserem Bildungssystem zu ermöglichen. Und deswegen freue ich mich, dass wir im aktuellen städtischen Doppel-Haushalt 500.000 Euro mehr für die Sprachbildung in Freiburg einrichten konnten. Danke! Danke! Hast du mitgekriegt, um was es geht? Bildung, mehr Geld für Kinder. Sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Bildung, mehr Geld für Kinder. Danke! Ja, genau. Vielen Dank.